Was soll das? Und dann habe ich ihn nur angesprochen, habe gesagt, was soll das, wenn ich mich recht erändere. Was soll das? Er kam dann von da, hat dann einfach den Zaun zugemacht und kam, wie auf Video zu sehen, sofort auf mich zu und hat sofort auf mich eingeschlagen. Wie verrückt. Was soll das? Und hier haben sie, die ganze Reihe hat er einfach rausgerissen. Sie sehen den Unterschied zu diesen Blumen da oben und hier unten. Und ich fand das einfach nur frech, weil Görlitz, ganz Sachsen und die machen was für die Leute und hin und her, für die Bevölkerung und ist sowieso kein Geld für sowas da. Und da kommen andere Leute und machen sowas noch kaputt. Ich habe probiert, die Polizei zu rufen, zwischendurch, aber dann ist es unterbrochen worden, weil der wieder das Handy weggeschmissen hat. Dann hat die Polizei wieder zurückgerufen, aber in der Zeit müssen andere Leute schon die Polizei gerufen haben. Er hat sofort auf mich eingeschlagen. Und dann lag ich auf dem Boden nachher, mein Handy hatte ich weggeschlagen, da hatte ich die Drähte und alles. Haben Sie Verletzungen davon getragen? Ja, man sieht noch hier Lippe, Rippe und war schon heftig. Ja, er hat mich auch gedroht, er kam wieder, er wird mich umbringen, er hat mich auch noch als scheiß Deutscher und noch so Sachen beschimpft. So wie die Polizei gesagt, ein polnischer Mitbürger. Aber wie gesagt, ich kann da nichts sagen, es ist mir auch egal, wer es war. Es ist einfach nur so passiert. Was soll das? Polizei! Polizei!